Ich bin Arlo Piniak, ich arbeite seit 15 Jahren als Personal Trainer. Einer der wichtigen Punkte im Personal Training ist, dass wir den Leuten das Handwerkszeug an die Hand geben, Probleme, die seit Jahren nur von Physiotherapeuten oder Ärzten behandelt wurden, selbst zu lösen. Es ist so, dass ich, wenn ich Menschen angucke, Dinge in den Bewegungen sehe, von denen ich weiß, was man dagegen machen kann. Und viele andere sehen es offensichtlich nicht. Das Buch ist für jeden, der an seinen Bewegungsmustern etwas verbessern möchte. Für jeden, der mit irgendeinem Problem zu kämpfen hat, was ihn seit wahrscheinlich längerer Zeit nervt. Zum Beispiel jemand, der seit längerer Zeit mit Rückenschmerzen kämpft, wird in dem Buch herausfinden, was er dagegen tun kann. Wir haben alle typischen Bewegungsfehler, sinnvoll strukturiert und in zehn unterschiedliche Typen unterteilt. Sie können in dem Buch diesen Körpertyp finden und werden merken, dieser Körpertyp hat die gleichen Probleme wie ich, sehen dann aber eine Person, die diesen Körpertyp gemeistert hat. Ich habe nur dann die Möglichkeit, klarzumachen, dass das ein anderer Ansatz ist. Etwas, was eigentlich die Voraussetzungen schafft für alles andere, wenn mir jemand mindestens eine Viertelstunde aufmerksam und wirklich interessiert zuhört. Voraussetzungen schafft für alles andere, wenn mir jemand nicht mehr verletzt hat, wenn mir jemand nicht mehr verletzt hat, wenn mir jemand nicht mehr verletzt hat. Also, ich habe es noch einen anderen Ansatz. Ich werde das, wenn mir jemand mehr verletzt hat, dass denn das Urlaub ist. Ich werde das, wenn mir jemand mehr verletzt hat, wenn mir jemand sehr verletzt hat. Ich kann es jetzt noch mal wieder hin, wenn du meinen Mann zu untertitelstunden,